Grüß Gott. Habe ich Ihre Fahrzeugkontrolle. Haben Sie was getrunken? Wie? Nein, überhaupt nichts. Aber der Kollege vielleicht. Schauen Sie doch mal ein bisschen an mein Auto hin. Nicht frech, kein Bürscherl. Ja, mit dem Fahrzeugschein. Was ist das? Ja, passt. Schleicht dich. Boah, wackel. Also ich sag ja immer, es kommt auf die inneren Werte drauf an, weil wir sind doch alles nur so. Du, ich muss jetzt leider... Aber wir konnten ja mal was essen gehen, oder? Ja, ja. Ist eine gute Idee. Aber da habe ich gerade Zeit. Ich habe da noch gar nichts gesagt. Wann? Genau da habe ich gerade Zeit. Ach so. Ja, ja. Entschuldigung. Wir haben einen Ladendieb in der Kaufingerstraße. Wie wichtig! Ein Einser! Ah! Ah! Oh! Regen! Nein! Oh! Oh! Okay. Ich hole den Schirm. Oh! 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 Sehr gut! Sehr gut! Wie immer! Zwei Huse aufs Haus! Dankeschön! Sehr nett! Dann sag ich mal... Grazie! Grazie! Ja! Malaka! 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 Sie sind vorläufig festgenommen. Meine Füte, 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 bitte! Ja, bitte! Sie sind vorläufig festgenommen, dürfen aber was sagen, müssen aber nichts sagen. Wenn Sie was sagen, dann können wir das gegen Sie verwenden. Sie können sich einen Rechtsanwalt holen, oder Sie kriegen einen Rechtsanwalt von uns, und ich sage Ihnen ein Kleidiskosten auf und die Redarion Tietisch vom Grecht kriegen die Daumen oder nichts. So, und jetzt erschieße ich Sie. Alles gut? Nein, ich glaube das irgendwann nochmal. Sie sind jetzt vorläufig festgenommen. Gehen wir es mit. Ich finde, das haben Sie eigentlich gerade schön gesagt. Halt's Haul! 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 Sag mal, sagst du eigentlich Geschlechtsverkehr oder... Halt's Haul! Du hast den Reißen aufheizt. Ja. Nix für den Wirt geh. Naja, hab ich die Ehre geh. Halt's Haul! Halt's Haul! Halt's Haul! Der Arme. Aber du zu melden hat dieser Saupreis hier nichts. Na. Gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.